So und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Infovideo auf meinem YouTube-Kanal und zwar zum großen großen OMSI 2 Livestream, wahrscheinlich der größte Livestream, den ich bis jetzt auf meinem YouTube-Kanal hatte und da werden wir uns jetzt nur ums Thema OMSI drehen und zwar habe ich mir überlegt, dass wir einige Karten abfahren ihr könnt, wie gesagt, auch mir bitte einige Frühwerk-Karten, euer Wunsch, Frühwerk-Karte unten in die Kommentare babbeln bitte wichtig an der Stelle, die Karten müssen noch zur Verfügung stehen, ich muss sie noch runterladen können und die Objekte sollten nach Möglichkeit noch mitgeliefert werden weil, eben, können wir gerne unten in die Kommentare noch eure Wunschkarten babbeln ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die Karten, die ich noch installiert habe und zwar wäre das Keiterstadt Aachen, habe ich mir gekauft Berlin-Spandau bin natürlich mit installiert, bei OMSI 2, dann haben wir natürlich Grunddorf und ein ganz ganz herziges Dankeschön geht an das liebe Team von Aerosoft beziehungsweise an den Kevin Nitschmann für Ruhrgebiet er hat mir nämlich, beziehungsweise die haben mir den Key zur Verfügung gestellt und ja, finde ich eine coole Sache, eine klasse Sache und dann haben mich auch endlich mal die Chance, euch das auch mal in einem Livestream zu zeigen meine Meinung bleibt natürlich davon unberührt also ich habe natürlich auch da ein paar Kritikpunkte aber einfach nur, wie ihr es wisst, die Transparenz halber was ich noch installieren werde, ist Berlin-X10 das habe ich mir ja auch gekauft und was ich mir noch nachinstallieren werde, sind zwei Bus-Eight-Ons das eine ist das MAN-Stadt-Bus-Eight-On und das andere ist das 3-Generation-Eight-On mit den drei Citaro-Bussen alt, also ganz alt, etwas moderner und neu und ja, ihr könnt mir gerne in den Kommentar schreiben auf was habt ihr Bock, welche Busse soll ich auf welcher Route fahren, auf welcher Linie fahren auf welcher Map fahren wir haben Solaris, MAN und Citaro im Angebot also ihr könnt mir wirklich schreiben, auf was habt ihr Bock das würde mich sehr freuen, schreibt es bitte unten jetzt in die Kommentare und da würde ich sagen sehen wir uns morgen um 10 Uhr wie gesagt, das Film ist Open End also, ne und ich freue mich schon drauf, kann es kaum erwarten und bis morgen um 10 bis dann und tschüss bis dann